Da hinten laufen, da läuft einer. Blue schlägt an, da ist er. Ich seh'n, ich seh'n. Da ist er, ich seh'n. Hat'n'Hit. Mann! Der ist ja am Wasser. Mann! Oh, Munition. Hier liegt die Tussi. Oh fuck, ich hab' keine Munition mehr. Kein' Schuss mehr. Was der Teufel. Sind schon wieder zornig. Sind schon wieder zornig. Etwas. Was? 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 so mehr aber endlich habe ich den schlag das ist gut eigentlich auch besser als das messer verbrauchs weniger ausdauer mit dem schlag außer bei dem gepanzerten da muss man schon ein bisschen da drauf war ja da braucht einiges da oben fliegenschlampe ja es war recht laut was fliegenschlampe triggert ok auf der oben ist auch immer noch nicht gut sind recht laut unterwegs die jungs oh fuck weg hier hauptsache sie vergiftet mich ja jetzt ist wieder ruhig ich glaube diesen wird jetzt die gleiche sport an sie jetzt ja glaube ich auch da hinten laufen läuft einer er läuft jetzt da hinten zu der brücke ok ja er hat ein helles shirt an ja zwei stehen bei einem der einen läuft hier im grunt da gucke ich mal schnell hin und jetzt davon aber die mann zu sehen ja ich höre es da beim krank soll ich gerade noch schnell hinweis wollen ja auch ganz zu machen da kommt es doch lieber mit hat die hunde die sind schon vorbei die sind davon nicht okay aber die hunde sind noch aufgewühlt miss oh fuck da ist ein pferd scheiße ich probier's mal vielleicht kann ich mich ja leise vorbeischleichen ich bin vorbei ich bin drin mach langsam was gehört ja wir haben eine laterne oder so geworfen wir sind schon drin scheiße das war ein emulator drecksknilch links musst du aufpassen nur ein lärm da oben sind sie ah ok er sitzt da er läuft auf der mauer ja der clue schlägt an da ist er ich seh'n ich seh'n Mist ich hab ihn ich hab ihn der andere ist hier oben ok fuck man ich hab'n krank brauchst du Hilfe pass auf der emulator jetzt kommt er jetzt kommt er jetzt kommt er auch zu mir kommt auch einer Mist man ja der andere ist die mauer auf die dritte sprit ok wir müssen aufpassen sein partner liegt er auf der treppe ich hol mal die lampe und fuck ihn mal an oh hoffentlich knallt er mich ach ne der andere ist da oben ja oh man hoffentlich knallt er mich jetzt nicht ab schnell da ist er ach schießt ja sein Kumpel brennt hinter der mauer da ist er ich seh'n hat'n hit fuck der rennt runter ok in den mittelgang ja ich guck mal rein ah du scheiß krank verpiss dich doch jetzt mal da ist er ja hast'n ja ok so oje so komm loot ja brauche ich danke loot fest so wo war der ach so ja der andere hab ich ja angefackelt der andere brennt ja 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 da oben sind noch zwei munitionskisten sehr gut ich hab nur noch fünf schuss ah ok nice ich geh' den anderen in neues wohl bock auf die da oben da ist dieser Fettsack oh da ist der Bärenfaller hat der aber bestimmt aufgestellt vorhin der Kampf aus der richtung munition herle mit ja so jetzt C und A Wurzverarbeitung wo der Gefängnis mir egal die Wurzverarbeitung ok und wie er schnellt die Leiter hoch schnellt ja hier waren auch schon welche die sind bestimmt zur Hemlock ja da ist die Tür auf aber im Gefängnis ist der Wurst ok die hier waren die sind schon so im Gefängnis gegangen hätte jetzt gedacht das ist ein Hemlock aber ja Gefängnis fetzt schon passt oh ja da rennt einer der rennt da oben beim Gefängnis ich seh nicht oh die Körper oh shit fuck äh Mist boah Brünnette rumkomm ne du scheiße da ist einer man ah ich treff ihn nicht ne Frau scheiße man meine Munition alle oh ein hit markier mal oder man da ok hat es mal schnell nachladen hier man meine Aftonlage schossen kaum noch Munition ne da wird nun grunt eigentlich ist gut da macht der Engel was ist das hier auch Köter Mann das ist ja am Wasser Mann Scheiße Mann Drecksvieh ich blute nein der bringt mich um nein hat mich umgebracht schön Mist 25hp weg einer ist da drinnen irgendwie ja wir sehen hat einen Headshot sehr schön ein paar Munition hier liegt die Tussi da steppt noch einer bei dem den ich gerade gekillt habe Sparks habe den direkt angezündet jetzt cool ich brauche Medikit oder Munition oder beides scheiß immer leider da draußen Medikit verbraucht Mist na komm wo bist du da da tobt er rum da spinn er jetzt kommt er glaube ich ja da ist er da müsste er den wieder aufkommen scheiße Mann stirb alter was denn ich habe gerade fächern aktiv gehabt und aus der schulter habe ich den Headshot geübt cool der hat seinen partner wieder aufgeholfen hast du ein paar hitter ne einen ok weil der hat ihm wieder hochgeholfen ah ok aber einen hab ich der andere ist weiter zurück genommen oh fuck ich habe keine Munition mehr warte ich komme Medikit schnell ich komme ich eile jetzt rüber bei mir ja wo jetzt rein da oh Mann ich habe noch mal fünf Schuss oh cool wenn du mal ein bisschen schneller kommen könntest ja ich versuch ich dachte er hat seinen Partner jetzt schon wieder auf ja ich habe es gehört da einer da rechts hab einen ja der ist hier drin oh kein Schuss mehr sehr gut sehr gut sehr gut ich wollte mir einen Boxernschuh durchschauen ja ist eine Munitionskiste ah prima ey sag mir ernst den einen habe ich jetzt dreimal gekriegt oh man ich habe nicht einen Schuss mehr so komm her mit einem 50 dollar ja jetzt zum Post gehen ja können wir machen ich brauche mehr Munition da fang halt schon wieder alle an ach der ist drüben wieder geworden drei Munitionskisten drei drei achso vier Munitionskisten vier aber kein Hammer äh ein Hammer aber kein keine Angst komm raus da war noch einer oh da kommt er er stampft rum oh oh kein Hammer das gibt's ja nicht ja so ein Hammer ich habe einen Hammer zack komm zack uah ich brenne hat mich angefackelt ui man oh ja das war knapp medikit ja dein Boss drin sind glaube ich auch eins zwei davor okay na gut schlag ich ihn jetzt tot nimm zu nackst ja immer wenn du es brauchst findest du es nicht wenn du es nicht brauchst liegt das Zeug stapelweise in der Gegend rum na komm her fetti hol dir deine Packung yeah oh schnell weg schnell weg schnell weg kurz Ausdauer regenerieren hast du was was hast du sieht aus mit der Faust warte warte pass auf dass er dich nicht killt oh du brennst ich brenne auch die ganze Hütte brennt das hat dich auch angestattelt ja ja es war so wenig platz ich schau gerade wie man da ist ich brauche noch ein paar Schläger komm zack ui tobt sich hinter mir aus los komm dicker zack er braucht noch zwei das ganze Gebäude aus dem Kopf gestellt er hat durch er hat durchgefuchtelt das dumme Schwein na prima ich stehe noch drin scheiße zwei Lebensbalken weg das dumme Schwein das tut das ganz gerne ja da ist er sein Schild ist weg friss und da und nimm und zack und nein noch ein ein paar noch einschläge nein scheiße man ah ist tot cool oh äh spinnt er ah Munition so die Afto ist wieder voll er schießt sich schon mal die Seele aus dem Leib jahre bamm her sehr schön haha siebenjäger selber alter 7 wo haben wir waren da 7 daher oder naja naja Pris 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 Untertitelung des ZDF, 2020